Fiene und Kanto lieben Musik. Fiene und Kanto zeigen ihr Glück. Das hier sind die beiden Sockenpuppendrachen Kanto und Fiene. Sie führen dich durch das neue Praxishandbuch Schatzkiste Musik und können mit einer Kindergruppe ganz einfach selbst gebastelt werden. Die beiden Musikdrachen können zum Beispiel bei einem gemeinsamen Begrüßungslied, einem Sockenpuppentanz, bei Rhythmusspielen oder bei Übungen für Atem und Stimme und zu vielen anderen Ideen des Buches vielseitig eingesetzt werden. Ob du auf der Suche bist nach neuen musikalischen Ideen für die Kita, den Kindergarten, die Krippe bzw. den U3-Bereich oder andere Bereiche der Elementarpädagogik, Dieses Buch inklusive 50 Videotutorials lässt keine Wünsche offen. Es bietet sowohl Neulingen als auch Fortgeschrittenen im Bereich Musik Grundlagen und zahlreiche neue Ideen für die Praxis. Neben dem Praxishandbuch gibt es eine Materialsammlung mit farbigen Kopiervorlagen und 113 Audioaufnahmen zu entdecken. Im Buch präsentieren die Autorinnen Eva Bialas, Milena Hissel und der Autor Christoph Studer nicht nur Hintergrundwissen. Sie zeigen anhand zahlreicher praktischer Beispiele, wie du Musik in den pädagogischen Alltag integrieren kannst. Dabei stehen die Themen Kreativität, Singen, Rhythmus, Bewegung und Instrumente jeweils in einem eigenen Kapitel im Fokus. Die Schatzkiste Musik ist gefüllt mit bekannten und neuen Liedern, Sprechstücken, Rhythmicals, Stimmspielgeschichten, Fingerspielen, Gesten und Bewegungstänzen, Ideen für freie Bewegungseinheiten, Gestaltungsideen für klassische Werke und kreativen Musizierideen. Diese begleiten den Jahresverlauf, unterstützen Alltagssituationen und Rituale, Morgenkreise, Verabschiedungen sowie Feste und wecken Lust zum Entdecken, Ausprobieren und Kennenlernen. Zu jedem Kapitel gibt es in der zweiten Hälfte des Buches einen umfangreichen Praxisschatz mit zahlreichen weiteren Ideen, Liedern und Sprechstücken. In Gastbeiträgen zu den Themen Inklusion und Improvisation, Inter- und Transkulturalität, Rhythmik sowie Medien und Digitalisierung erhältst du eine fundierte Einführung in diese Themen mit aktuellem pädagogischem Bezug. Ein besonderer Mehrwert für die Vorbereitung einzelner Themen sind die 50 Video-Tutorials. Diese können über die Helbling Media App abgerufen werden und veranschaulichen, wie die Ideen umgesetzt werden können. Die Materialsammlung bereichert das Angebot der Schatzkiste Musik um zahlreiche Kopiervorlagen mit diesen Inhalten. Aktionskarten im Format A6 und A5 für den schnellen Einsatz und zur Aufbewahrung in einer Karteikappenbox. Ausmalbilder und Poster Die 113 Audioaufnahmen auf drei Audio-CDs und in der Helbling Media App ergänzen das Angebot des Praxishandbuches Schatzkiste Musik. Die Tonart entspricht dabei jeweils den Noten im Buch. Ob für Kita, Krippe, U3, Kindergarten, Elementarpädagogik oder für die Vorschule, Die Schatzkiste Musik bietet eine umfangreiche Sammlung von Ideen und Anregungen für die musikpädagogische Arbeit mit Kindern von 0 bis 6 Jahren. Das Handbuch, die Materialsammlung und die Audioaufnahmen sind ab sofort im Fachhandel und unter helbling.com erhältlich.